Florida hat eine Kategorie 5 Hurrikan-Warnung herausgegeben. Alle Einwohner müssen die Gegend sofort verlassen. Schnappen Sie sich Ihre Angehörigen und brechen Sie auf. Dad! Wir können Ihnen später nicht mehr helfen. Dad! Dad! Oh mein Gott! Was ist passiert? Hayley! Bist du verletzt? Es geht mir gut. Hallo! Kann mich irgendwer hören? Ich sitze mit meinem Vater in unserem Haus in Coral Lake fest. Hayley! Bitte schicken Sie Hilfe! Hayley! Wade! Hier unten! Pete, hast du das gehört? In weniger als einer Stunde ist hier alles geflutet. Gegen die Rohre schlagen. Das verwirrt Sie. Ich versuche Sie abzulenken. Du schaffst das! Du musst hier raus. Sofort! Ich werde dich nicht zurücklassen. Hier! Hier! Wir sind hier! Oh! 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 Komm schon, du scheiß Vieh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017